ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das ist einer der Leute, der bei dem Spiel richtig Spaß hat. Weißt du, ich kenn so viele Leute, die die Flame in die Hölle rein, ne? In die Hölle rein, Alter! Alter, fliegt sich gar nicht mehr. Alter, aber hier schon wieder seit beiden Waffen. Ich bin auch bei der Anfangs-Waffe jetzt ganz klar. Ich hab auch nur die zweite. Auf die Entfernung, was geht da los? Auf die Entfernung in die Hölle rein. Was geht da los, Alter? Das ist falsch mit dir, Junge. Kannst du noch Deutsch oder so? Auf die Entfernung, was geht da los, Junge? Der Herr geht einfach um. Ja, was soll das sonst als Toter machen? Alter, was geht denn? Ich sehe den einen, der stirbt. Ich sehe den anderen, der stirbt. Ich sehe den anderen, der stirbt. Ich sehe den anderen, der killt mich. Was geht da los? LOL! Hahaha! Nein! Ich fühl's wie ich selber abfolge! Ja, ich krieg' niemand! Boah, du minderwertiger, Alter! Ich krieg' man die Sonne mit dieser Pistole. Was, du hast mich gemessen? Ich hab ne goldene Kugel im Lauf so, nur für dich und so am Schluss. Ach, komm schon. Boah, ich komm nicht vorwärts. Die war ja nicht geneift. Welche? So 1930 oder so? Alter, lol. Team Bruh. Team Bruh hat sie gerade getötet. Nein! Nein, ich wollte ihn gerade kneifen. Ich wollte ihn gerade kneifen. Weißt du, es ist Nikos, er hat den so ernsthaftes gebracht. Kneif mich mal. Glaub ich drüber. Wenn man mich jetzt kneift, dann bin ich wieder auf der Anfangsfahrt. Juhu. Schade, hätt fast geklappt. Nein, was? Wo kommt der denn her, Alter? Fast, wo kommt der her? Was geht da los? Juhu. Juhu. Juhu, du hast voll die schlechte Verbindung gerade irgendwie. Deine Mutter hat die schlechte Verbindung. Ja, weiß ich auch. F! Warum hab ich denn dich nicht getroffen wieder? Ernsthaft? Ich hab dich auch nicht getroffen. Ja, aber ich hab dich... Nein, nein, hat er nicht. Ich bin geiler. Alter. Alter. Boah, ich komm gar nicht vor. Null. Diese Schall kommt, ne? Die ist so scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Mal scheiße. Danke. Ich hab dich auch nicht. Gern geschehen. Piss dich, du Nutte. Ich hoffe, der Evo hat erstmal auch so lachen. Ich hoffe es nicht. Nö, ey. 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 Sei dir geisteskrank. Verdammt, der Messer bin ich gleich oder so. Ey, was ist los? Jando-Muck. Alter, ich renne vor Evo weg so panikmäßig und Jando lässt dann einfach mal hier so. Ich hab dich wie immer getroffen mit deinem Schotzen. Was machst du mit der Messer an der Ecke, du scheiß Treffer, Alter? So ein Eckenpenner, ey. Eckenpenner? Eckenpenner? Ich muss den Nachladen. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Ich hab dich gekniffen. Ey, ich bin aber... Ich hab aber keine... Ich hab aber nicht weniger... Ne, du bist zwei runter. Ach so, ich knifet, Alter. Ich hab ihn gekniffen. Ich hab ihn gekniffen, Junge. Boah. Junge, das heißt Knife, also geknifft. Ach, halt die Fresse. Knife, Knife. Ich hab dich geknifet, ich hab dich geknifet. Ja, Bitch. Alter, du Hurenbock. Drescht irgendwie nicht so ganz. Aus der Entfernung geht das irgendwie nicht. Dreht euch doch um! Nö! Wo ist er hin? Was ist mit dir? Wo ist meine Hände? Immer schön ausweichen. Ah! Oh, dann explodieren wir oder was? Nein! Nein! F***, Alter. Aber ich hab am wenigsten Kills, ne? Ich häng immer noch... 6 zu vielen Reichen. Wollt ich heute nicht noch weg? Hm. Bleibt ihr alle heute hier? Boah, du Nutte. Ja, ja. Und dann brauch ich mir ja nichts organisieren. Ich muss auch mal putzen gehen. Putzen, Alter. Hä? Hä? Das ist mal welch Kneifen. Bleib stehen! Ich krieg einfach keinen mit dieser Scheiß-Execution. Nein! Ich hab doch jetzt einen Bleib stehen. Oh. Woppa. Das ist jetzt so komisch. Woppa. Gunner-Style. Ich könnte nimmst du immer noch auf. Ja? Scheiße, echt? Hey, Sedi, wieso hast du schon wieder eine Bazooka? Ich hab dir doch gerade 10 abgezogen, oder nicht? Nein, was für 2 abgezogen? Wie ist so einfach? Hast du das auf 2 gestellt? Ja. Bist du das wahnsinnig? Das ist arg heftig. Oh nein, das ist schon geil, Mann. Nein, das ist schon geil, Mann. Ich wollte für andere es sagen, okay? Jaja, das würde ich auch überhaupt nicht sagen. Geil, Lü. Okay. Das ist aber gleich mal auf 10, das ist ja langweilig. Du hast fünf Hits eingesteckt. Ne, bestimmt mehr. Alter. Da fliegt ein Bild aus dem Haus, was geht bei euch? Was geht da los? Warum stehst du da? Warum? Alter, dran! Wir wollen halt nur noch töten und nicht mehr neifen, ist ja langweilig. Zweiter Schwein! Zweiter Schwein! Alter! Nein, oh cool! Könnte jemand neifen gehen? Oh yeah! Alter, wie er mich direkt hittet! Der hat gesessen! Na fick dich! Was ist da los? Der war nett! Der war nice! Was ist denn mit euch? Mach wieder auf 5! Soll ich auf 10 stellen jetzt? Ne auf 10! Mach auf 10! Oh, Nicole ist da los! Werde auf 10? Ja, auf 10! Ja, 10! Booms! Uh, der war nice! Der war nicht schlecht! Aber weil du's gemacht hast, war der richtig schlecht! Ich schalte ihn auf 10 hoch, aber 10 ist echt heftig! Der ist cool! Lass ihn über 5 machen, komm! Ach, Niko soll ich nur noch was tun! Aber du nice mich halt dauernd! Ja, unten! Du nice mich halt noch viel mehr! Kein Stück, Alter! Du hast einen Ping-Vorteil! Was für ein Ping, Junge! Du wohnst direkt neben ihm, Alter! Du hast dein Hing gepackt! Dein Ping gehackt! Junge! Du kannst sein beschissenes Gras aus deinem Fenster beobachten! Sein beschissenes Gras! Ja, das stimmt! Er hat keinen Garten mehr zuhause! Oh, er hat gesagt, er baut den Garten an! Aber du hast Blümchen in deinem Zimmer! Richtig schönes, so zwei oder drei! Ey, stinkt mein Bild voll an Geranien! Alter, stinkt grad richtig das Internet! Boah, Alter, was ist denn dein Internet? Wenn man knifet, den Waffen zurück! Alle sind gejoint, der ist immer noch nicht da! Ja, ich bin da! Alle Neifen! Nein, niemals! Ich spiel grad Coindoser! Dann haut mal rein, es geht los! Zielst du eigentlich mit der Pistole oder nicht? Ja, sicher! Wie soll ich dich treffen, Alter? Was geht da los? Was geht da los, Junge? Bist du behindert? Halt die Fresse, du kleiner Mensch! Schwachkopf! Nein! Nein! Ich hab ihn... Nein! Ich hab ihn doch geneift! Ich hab ihn doch geneift! Geneift? Geh kniffen! Ich hab schon 40, was ist da los? Das steht da oben! Ich krieg's den einfach nicht! Glaub dir nicht! Also ich knife jetzt nicht mehr unter 100 Punkte oder so! Bei 100 Punkten bist du wieder am Anfang, ne? Ja! Unter 100 Punkten bist du bei 100 wieder am Anfang! Du bist so ein minderwertiger Kackladen! Fick dich! Ich muss nachladen! Warte! Ich wurde geneift, ernsthaft! Egal, ich war's für der 2! Sie hat mich schon mal verhindern! Hehehe! Nein! Verpiss dich! Nö! Nö! Ich mach mich! Hehehe! Neu! Hä? Warum kassierst du eigentlich so viel? Ich komm in Frieden! Junge ich bin ich doch in Frieden der Verlust der Fall ist so nirgends das ist unfair hat er halt die Fresse Halt! Halt die Fresse! Alter sagt man was was ist mit dir nun fällt einfach um Mann das fällt einfach um Fick dich alter, warum da ich immer nicht und Nico weil du hinter mir her gelaufen bist ja komm ich hatte schon wieder wenn wir ihn noch kastrieren alter was dann mit ihm hast du ein kastriertes Julianchen oh gott nicht doch so ein jetzt stirb doch endlich mal ach ich wollte gerade knifen ja warum schießt du auch weiter auf mich? ja ich dachte einen verträgt sie noch haha klar war das schön aber das war ne das war mega knapp schrotze innerwärtig boah der war aber instant alter Nico wat war dat? ich hab dich einfach weggeballert wat war dat? alter verpiss dich doch mit deiner scheiß schrotze die waffe geht auch nicht klar die waffe geht auch nicht klar die waffe geht auch nicht klar alter man kann halt gegen deiner mp7 nichts machen wow was steht da los mit waffe ist so scheiße so ich hab wohl anfangs zu waffen hole nicht rum du bist richtig kacke nein einer knicken der kann's auch knicken verdammt verdammt du also hehehe alter wie soll ich wie soll ich dich denn von da oben kriegen? schießen wer noch Spaß ein bisschen weniger minderwertig sein als du irgendwo hin schon muss Leute das Auto explodiert Leute 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 Halt die Fresse jetzt Alter Alter ich hab schon wieder Lecks gehabt scheiß Aufnahme nein hehehe hehehe ich hab ja geschluckt es ist nicht mehr explodiert Alter Evo was gibst du dir denn für'n Zeug in die Nase rein Steroide ich hab die Topfpflanze aufgefallen du ranziger Stück Scheiße wieso explodiert der beschissene Panzer nicht? weil es ein Panzer ist eventuell weil es ein Panzer ist eventuell neiii Halt neiii eine männliche Stimme hat ein Aufsetzer gehabt was was ich hab dich nicht mal gesehen neiii wieso bin ich immer noch anklauen wird gar nicht klar echt nicht klar du bist ne FOTS die CD weißt du das? ist der Evo anklauen muss der Nico wieder blauen was? oh Gott bleib doch mal die Dänen alter was ist da los Alter? neiiiin scheiße scheiße ey hör auf von hinten ey Leute knife mal einer Evo der ist nur noch zwei Waffen vom Ding entfernt äh nein was sagst du denn da? hey hey was macht er über mir? misch du des Lebens alter oh du hieß dich doch ich bin da wertiger Leute du musst aber nice last machen ach ja das war aber fast kein nicer ja ja wieso nice alter wenn man zehn Dinger verleben muss das ist ja nicht nice ein doch natürlich aber ich will euch vorher noch ein bisschen nifen damit ihr richtig abkratzt weil ihr einfach solche kleinen Noobs seid und so aha aha ja du weißt ja wie es lautet ne ich war eh aber am Start und so geht weg von mir hm 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 das läuft ich bin eh auf dem anfang zerfeißig und rumrennen und also ich möchte knifen nicht wenn ich dich wieder knallt in die Eier hab einfach mal random durch die Gegend geschossen alter älter nein alter jünger älter alter verpisst dich nigo alter verpisst ich hab mich selbst getötet damit auch ne was jetzt der Evo am Stüssel hat er Niko nen Nissel nein Evo was meinst du wie du gestiegen hast ich dich nifed hätte bitteschön oh Niko hat 108 was ist da los bei ihm boah lass ihn mal mit boah jetzt hat er 190 ah nein ich hab 10 weniger Niko mach ihn nifed und komm ich zu mir nein nein ich hab ihn geneifed nein gut gemacht ein Stüssel verdammt ist unterbezahlt Moira ist unterbezahlt er hat dafür können auch zu knife runner wechseln oder kannst du knife runner wechseln alter schwede alter schwarz was schwarz schwarz äh Leute killen wir einer Dinger nee Can macht da nicht mit wow der will mich knifen leck mich Alter ich krieg so nicht hin mit dem knife ne boah Junge Can was kiffst du du ernsthaft er sieht mich killt mich sieht mich killt mich sieht mich killt mich ey ich will irgendwie was nice machen aber meine Sensi ist zu niedrig ich will doch was das sein können boah ernsthaft dann ernsthaft was brauchst du was brauchst du boah der war nice alter der war scheiße der war scheiße also ey ist hier immer noch nein ähh neiii neiii neiiiii 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 ach komm grad noch mal mach wieder auf 5 5 ist noch ja 10 ist echt ein bisschen arg heftig 20 können wir machen es gibt kein 20 ihr habts nicht mal so geschafft naja dann macht 10 naja ihr werdet sowieso wieder klärt mach 5 ach Julian du Waldorfschüler Muschis oh ne nicht overflow ach wollte ich nicht vorhin noch wei ach ne ne nicht overflow die map ist zum kotzen dann geh ich raus ja ist so mach lass ich muss andere Waffen rein stellen na mach halt nuketown mach halt nicht nuketown nuketown ja dann mach halt nein mach stand up sag mal stopp Leute äh nico sagt stopp stopp ne nein ne mach ne kleine map alter hijacked mach jetzt hijacked ah die sind behindert was mit euch scheiße hijacked hijacked ist sicher bei euch gleich mal Allah 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 Junge ja Raid ist ok ja Raid ist nice aber ist zu groß deine Mutter ist zu groß ich liebe die Map Raid die sind so cool neidisch oder was alter deine Mutter ist sicher nicht die hat so ein Dreckskind wie dich haben wir wieder minus 10 oder minus 5 ach komm was mit dir alter aber die ist ja wohl alles verkoax minus 5 dreifacher Unfall dreifacher Unfall gleichzeitig gleichzeitig alter ja junge alter guck Alkohol kein Kondom und keine Pille so dreifach bitch alter alter wieso haben wir die mp7 am Anfang hast du dir zufall geschehen das ist keine mp7 das ist m27 äh 27 haha ich seid nicht krank alter ich mag euch Leute dieser iPod war gestern hm ich mag euch komische Leute 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 halt die Fresse alter ich klatsch dich weg ja unser iPod war gestern deine Mutter war gestern ja also hast du was gegen meine Mutter oder was ich will keine Mutter jung die Fresse alter wir sterben oder was one-on-one bitch nein 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 wir gehen einfach beide gleichzeitig sind wir Bilder du bist allein so dumm du siehst wie das immer die Map ist echt viel zu groß ach fick dich Nico fick mich ich hab dich gesagt halt die Fresse und stirb endlich oh es ist so warm hier ja wenn du ein bisschen was steck dich hinter diesen Kackstein was ist denn mit dir du Muschel alter 1,94 oh nur Muschel ist hier drin Alter hab ich keine ernsthaften Gegner oder was am Stüttel oder was am Stüttel noch so ne Muschel noch so ne Muschel noch so ne Muschel noch so ne Muschel hab da ernsthaft Alter ich hab grad voll die Frame Drops ja liegt an ihm meinst ja liegt an ihm